Muss ich jetzt mal sagen, oh hallo, offensichtlich können die iranischen Fans noch lachen. Eine vielerlei Hinsicht, bemerkenswerter Nachmittag, Spätnachmittag im Khalifa International Stadium. England gegen den Iran, sehr deutliches Ergebnis muss man sagen. Ihr seht es, ich habe einen Pullover an, obwohl es eigentlich hier draußen relativ warm ist. Also hier habe ich es wirklich gemerkt, die Klimaanlagen, die ballern raus wie verrückt. Wirklich richtig, richtig kalt gewesen während des Spiels auf der Pressetribüne. Aber was viel interessanter war, es haben sich einige Dinge ereignet, die man möglicherweise bei euch in Deutschland nicht so mitbekommen hat. Also erst mal vor dem Spiel haben offensichtlich einige hundert britische Fans oder Fans allgemein Probleme mit der App gehabt und konnten ihre Tickets nicht ausdrucken oder beziehungsweise an die rankommen. Also es war eine ziemlich lange Schlange hier vor dem Ticketcenter. Dann gab es die Situation bei der Hymne. Es gab auf jeden Fall einen Entrüstungssturm, als die Hymne tönte, weil da ist offensichtlich dann doch die revolutionäre Bewegung hier sehr stark vertreten gewesen. Während die englische Mannschaft auf dem Rasen einen Kniefall machte, konnte man im iranischen Block eine riesige Fahne und auf der stand Freedom for Iran. Das ist auch insofern interessant, nicht nur, dass da natürlich interessante politische Meinungen natürlich hier dann eben auch im Stadion sichtbar geworden ist, sondern dass die iranischen Fans es auch geschafft haben, diese Fahne ins Stadion zu transportieren. Es gibt hier um die Ecke eine Station, die heißt Posters and Flags Evaluation Area und da müssen die Fans hingehen, um ihre Flaggen oder Poster überprüfen zu lassen auf Größen und Beschaffenheit. Und diese Flagge war wesentlich größer, als ich mir vorstellen kann, dass sie eigentlich zugelassen wäre für das Stadion. Heute Nachmittag hat dann eben die FIFA verkündet, dass diese One Love Binde nicht getragen wird. Es gab dann eben eine andere Binde mit No Discrimination, die man wohl erst in der Zwischenrunde hätte sonst tragen sollen. Ich glaube, wir haben hier erlebt, dass wir uns bei der politischsten Weltmeisterschaft aller Zeiten befinden und dass die Mannschaften es und die Fans vor allen Dingen natürlich schaffen, hier auch entsprechend Flagge zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das war's von mir. Bis später. Macht's gut.